Was hat denn das jetzt mit den Theaterrollen zu tun? Mensch, bist du langsam im Kopf. Wenn die heiraten, dann machen die Dornen fest. Dann machen die da. Brauchen die Unterhaltung. Kriegst du das mal an deiner Hauptzentrale rin? Die brauchen Theater. Wir unterhalten die mit Theater. Das können wir nicht. Theater? Das kann jeder. Und wie? Einfach so. Aber wie? Hast der Mann Zettel? Hypolite, ich habe mit dem Schwert um dich gekämpft. Durch angetanes Leib dein Herz gewonnen. Doch nun stimme ich aus einem anderen Ton. Mit Pomp, Triumph und Spielen die Vermählung an. Dem großen Jesus, unteren Herzog, heil. Mein guter Egeus, dank. Was bringst du Neues? Vergrosses Volk erscheine ich und vertrage meinem Kind hier, meine Tochter Hermia. Demetrius, komm her. Demetrius, komm her. Betöte meine Tochter Herz. Doch, meine Tochter ist mein Ei. Und ich entscheide, entweder sie nimmt die Metrius oder sie stirbt. Kommt, Elfen, singt mich in den Schlaf. Was für ein wunderschöner Abend. Ich bin so müde. Und ich stand in zwei gezündet. Ich bin so müde. Und ich bin so müde. Ich bin so müde. Vielen Dank.